Und Engine 1 Start von der 777, aber ziemlich leise hört man kaum. Aber ab geht's, das ist die TAP Retro sogar, die habe ich auch noch nie hier gesehen. Die TAP mit der Retro Livery und einem Neo, passt super. Aber egal ob es ein Neo ist, sieht trotzdem einfach nur genial aus. Und ab geht's für die TAP Retro. Und ab geht's für die TAP Retro. Und ab geht's.